Der Apparat von Sir Robin warnte sich nach Robin, den dunklen Wäldern von Ewing, zu. Für die rechte Stimmung sorgte sein Sängerknabe. Hiermit war das Auto und Wanderradio erfunden. So ein Wanderradio hatte die Aufgabe, die Heldentaten zu besingen. Der Apparat von Sir Robin hatte jedoch einen Waffelkontakt und spielte oft stundendlich nur Wagner oder Heldentaten, die keine Wahlen hatten. Das ist ein guter Übergang. Das ist ein guter Übergang. Mein Linken oder? Zu dir. Hey, wie hier? Das ist mein... Linke? Unschweiger? Ach du Schein. Nein, doch wirklich. Dankeschön. Und da... Oder weg. Das ist egal. Darf ich hier? Wie durstet. Keine Sorge. Tabelsuchen brauche ich. Das ist schon geil, ne? Die Telefunker sagen, von wegen... Abgeschnitten und so. Meine Güte, die haben sie eigentlich schnell. Aber es liegt doch noch da. Aber es fehlt mir noch, oder? Guck mal. Ich bin jetzt der erste Sondierer. Ja. Also Metalldetektor habe ich auch. Ah, den... Ich habe eine Kabelprobleme. Wie hängt der Maus? Ja, damit kann ich dir leider nicht helfen. Mit so einem Detektor? Mit so einem Detektor, weil ich da nicht gehen darf. Ich darf da nichts suchen. Du darfst nicht sondieren? Nur mit Genehmigung an Stellen, wo ich... Nee, so funktioniert das nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, das ist das Wattensystem? Okay, ich habe die Schnauze und den Dring noch. Ähm, wie ist das nicht? Ich wollte auch gehen. Ja, das schub vor längerer Zeit schon wieder an. Ich habe die Toilette gereinigt. Du hast die Toilette gereinigt? Ich habe mich schon gefragt, was du 20 Minuten mal kurz pingeln willst. War doch schön, wenn du die Toilette gereinigt hast. Das freut mich. So, wie ist das? BIP! BIP! BABABABA! Hohohoho! Kack, 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 kack! Er war's gefunden. Ja, das könnte heute nicht gucken mal hier. Ich habe jetzt noch ein Lier gefunden. Like that! Oh, wie machst du da vor? Wo machst du dann vor? Ist das schon eben geworden? Das ist wichtig. aufm Gant drauf, das ist niederlicher Schnack? Wollen wir mal... Ich kann es verstehen Irgendjeder springt ja nicht Ziemlich Genau Ich will es nackt Ich will es nackt Warum nicht wie du sagt er? Aber siehst du das? Boah Fock Und diese sind fast nichts mehr. Dann packen wir wieder zurück. Schwupport, rauben und baggern zusammen. In Milliarden, in Millionen. Oh, die Aufnahme. Oh, ich bin erst nicht gewogen. 1.2. Was ne? Oh. Ey, ich hab schon recht. Das ist wie geil das ist. Das ist gewohnt. Oh, das ist wahr. Ich hab meine Kamera weg. Folie. All right. So, das ist ein kleines Mining check. Wow. Oh, ho, 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 ho. Du kannst es sehen. Und hier. Oh, das ist nett. Oh, das ist nett. Hey, das darf man nicht zeigen. Oh, voll hier auf dem Stein. Da lag ein Kind. Oh. Hehehehe. Scheiße, ich weiß was. Das ist auch gefällt. Das kann man ganz einfach fällen. Ich kann es nicht glauben. So ein Apfel. Tja. Ja, ich warte ja drauf, dass er den Rausschmeißer habe ich ja schon wieder von einer Dreiviertelstunde gespielt. ja, ja' der hat geprüft, der waistklar, der hat geprüft, der Junge. Der hat geprüft, der Junge. Da muss ich kurz pissen und das und eine Drehen und Milan. Jungen, Alter. die scheiße haben ja auf dem heimweg kein bock mehr voll gelabert zu werden permanente radiogeber und sagt du kannst nicht die schnauze halten oder was ja ich habe es in hohe bei muss ja ja Ja, ja, ja! So super, nev' ya! Ja, und man, hey, mach'sbo! Ja, ja, ja! Ja, was gibt's? Oh, ja, we can put this one inside. Hahaha, nee, das ist auch ein Problem, das ist ja. du musst jetzt mal los und wenn online online aber super von seiner gold Gültig, Gültig, Verstandsnültig. Oh, du den Kopf anziehen, Alter. Den Barschel eingestellt, mach so'n scheißrechter Karten. Das nächste Mal tätowier ich nicht, aber keine Knasträne. Oh, da oben haben sie gebuttert, du. Du bist doch fast so jung, Alter. Hä? Ja, was ist denn da? Das ist richtig viel Geld. Da bauen wir einen Wohnwagen, haben wir 6,8 drauf. Da kann ein Gewinner kommen. Der Barschel? Tja, scheiße, Mann, deine, guck, die Barschel, das kostet Geld. Ich glaub, sie haben ein Gramm Gold gefunden? Nein, nein, reinwodern, guck mal. Höchstlich schlecht, die Arbeit. Barschel! Big! Big thing! Ach, hier. Na, da muss ich jetzt auf'n, du. Seht mal hier. Barschel? Na ja, mal Barschel. Ich bin Deutscher. Barschel, Anne. Was haben wir denn hier? Die Barschel, wir haben alles Gold mitgenommen. Und was? Oh, guck dir jetzt mal an da. Der Trommer von den Rögenbalken. Und die haben das. Die lassen einfach mal stehen. Man, diese Barschel, die, die geben uns die Tiete. Guck dir erst an. Das ist ein eigenes Mal und sowas. Na, das liegt doch. Na, das liegt doch. Na? Bühnen. Inleum. 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 Ja, ja. Unleum. Oh, kein Rögenbalken. Oh, ho, ho, ho. Wir fangen rein, da. Geiler Kameramann. Ich guck guck mal, er hat nicht gesehen, er nie stundet. Feierabend. Gib mal an, der Film. So Video Cuts out Schocki. Will ich online, will ich das nicht. Oder? Video Cuts out Schocki. Ja, ja, ja. 200-year-old ladder, let me see it. There are maybe two, three stories around. Ja, in. Und selber. Poooo. Finger-apparel, but this one goes all the way to the top. It goes about two or three stories around. Wie sieht der Gott? Ich mach da gar nicht umlauchlich, Leute. Skull oder. Tutsch, Tutsch. So, der hätte ich... So in den Tisch nicht. Huuuuuuuuuuhhhh. Kann die Grona hier ganz im Sein. Ja, aber jetzt auch noch nicht mehr. Ja, ich muss noch zu sehen, dass ich drauf hieß. Ja, ich hab das schon. Außer, ja, aber... ...ein Kron. Mit Krona, ja. Du bist nicht blöd, muss ich, sonst kommt nicht gut. Ich hab mich mehr im Tacheles. Wann ist die nächste Kugel von... Keine Ahnung. Jetzt ist es Viertel vor zehn. Das, keine Ahnung, hab ich hier Viertel vor zehn. Viertel vor zehn. So, frag das nicht. Frag Hube. Mit dem Schweinkram hab ich schon... hab ich schon zwölfmal probiert. Äh, voll von... zum Hintern. Nein, es ist nicht egal. Nein, es ist nicht egal. Ich möchte... wissen, wie lange ich... mich im Warnschiff bewege. So, also... Herr Hartmut! Die nächste Bahn. Die nächste Bahn. Werdet ihr durch Kohl am Samstag? Um welche Uhrzeit? Die nächste Bahn fährt in vier Minuten. Die nächste Bahn. Danke schön, dass ich nicht lese. Äh, vielen Dank für die Silbe. Und danach die nächste Bahn. Die nächste Bahn. Das schaffe ich, ähm... Rate mal... mit Hosenthal. Das ist klein und höflich mehr. Die nächste Bahn fährt dann in vierzig Minuten. So. Und das ist ungefähr die Zeit, die du von mir dahin brauchst. Dass ich jetzt in zehn Minuten mal die Jacke angezogen habe und losgegangen bin. Dankeschön. Das sind so mit vier Minuten schaffe ich jetzt nicht klar. Nee, das ist schon klar. So. Und das ist ein wunderschönes Gesicht. Und gleich mit dem Schmuck. Auf Zunge. Das Rechte. Ja, genau. Wunderbar. Oh, richtig schön. Du bist echt anstrengend wie Sau, Alter. Ehrlich. Ich kann mir nicht ein einziges Ding in Ruhe reinziehen. Du kommentierst alles. Unentwegt. Digi, das nervt, Alter. Wahnsinn. Wahnsinn, wie das nervt, Alter. Ihr Fächer. Aua, Aua, Alter. Und hör mal auf mit den Sachen, um mal am Tisch rumzufummen. Ich weiß, dass ich es jetzt ist. Äh, umgezählter Vakuum dran ist, das will ich absehen. Schuss ruhig, dann muss man. Du hast unabsinnig am Filter gefunden. Unabsinnig am Filter gefunden. Unabsinnig am Filter gefunden. Ja, ohne Filter. Ähm. Ja, aber ohne Filter. Ähm. Da hast du wieder festgesaugt. Ja, der war mal herrschlägt. Werke mit dem Rausschweißer ohne Filter. Ohne Filter. Da ist noch Klima drin. Ähm. Ja, genau. Ohne Filter. Das war ein B. Auch cool. Ähm. Ndw ohne Filter. Also Musik. Ohne Filter. Ich höre ihr sehr gerne Musik zu machen. Ja, ja, ja. Das ist schön, dass du sehr gerne Musik zu machen. Ja, ja, ja. Mach ich nicht. Und LMA auch. Ja, mach ich jetzt nicht. Ein Jungfrau, äh. Entschuldigung, dass ich mich aufleine. Bl guestял? Daher können wir hinweisen, hast du vielleicht tämäming, melted. Äh, fanm. Das kommen. Also, äh. Und PASNUDE? nem, ne, nix eine halbe Stunde. Allee, da verzieht sich jetzt, ey. In 10 Minuten hast du mein Alli. So, ich mach- mein Andreas noch. So, ich mach' mein Bier schon, geh' Ich muss euch denn nach Hause kommen und meinen déjà-gehen. Ja, na, ja, die soll sich natürlich mitnehmen. Und ohne meine... und und was noch, wie viele Fragen denn noch? wo? jetzt setz ich mich hier nur mal hin wenn du mir richtig stupid meine Güte den lässer Buss ab wie eine komische BG heute ist ein rassende Rollen aus Kinnigbruch zwei Männer aber ich kann nicht Bock drauf das ist keine Musik, aber oh, hallo einmal ich hab kein YouTube, ich hab das lieben mit Ihrem Bier so ja, ja, ja so hallo immer hallo ist so, was weiß ich YouTube hallo 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 Hals Nasen Ohren Arzt ach nö, nicht, nicht, jetzt hier was, du willst noch, äh, Kartons ja, ja, ich will den Rauschmeißer also auch keine Ruhe ich hab meine Jacke jetzt gefunden meine Sachen bevor ich durch geschlossene Pärzeige springe HNO ist, äh doch vermute das in Kartons, ey ha, du vermutet, dass es keine Musik ist da liegt, da liegt der Herr Hartmut äh ne ja, ja am besten in der ersten ja, am besten eine Stunde oder was leck mich am Arsch ne, 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 ne in Gaskur kann ich gar nicht anstehen ne, Mann hörst du nie gegen Rauschmeißer in Kontra ne, läuft nicht in Kontra was, Kontra? Kontra von HNO also das Gegenfahrt von Hals, Nasen, Ohren Friedhofsgarten ähm, Mike Krüger Leichenbahn leik Krüger, Leichenbahn ok leik Krüger huu huu ha, fernah nicht dankeschön hehehehe Mike Krüger einer Klassiker ja, das stimmt das ist ein Klassiker ja, gut ne aber kommen natürlich keine aufhörte Kinder Welthits aus Quickborn ha, ha, ha ein, ein, ein ein, ein Hechtchirurgen-Song Alter, wenn der wenn der auf die Google passt, Alter ah, wenn der schnitt daneben geht heißt das Ding wenn der schnitt oh, guten Abend also, dann warte was ah ich weiß, weil ich hau ich hau weil ich hau weil ich weil ich gehen wollte klar da haben wir unser Sicherheitsschlecht angekuckt wuuu ha, ha das ist ja, oder haha 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 ich wollte okay haha haha oh Gott ich muss das auch ach, ich hab ganz Fahrrad, ich kann nichts haha was ist denn hier? du nutzt das nur nicht oder was? ich kann das Fahrrad stehen da, den wir zum Bus haben wir trofen bevor ich losging genau ah Tico, Stefano jemand Neues grüße dich da ist, bin ich bei dir das ist auch das wo ich mir am meisten Sorgen hab das ist ja echt oh oh nicht vor Bären kann haha frisch und und Energie Energie Hussle 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 Gedenken mach ich mir eigentlich das war die hier wenn ich um kann oh oh scheinbar wie geht aber oh so das ist nämlich ungesich was ich habe mich schlecht gedresst so leck gedresst haha haha Dankeschön Gunnar so gefurde das von Schauser den Rücksbücher reingehaut haha also für eine Stunde bin ich weg haha hahaha wir haben uns gar aufgecheckt Ich hab kein Benziner, Alter. Scheiße, Alter. Einschlägig, einschlägig. Wobbelst du drauf, wenn ich was? Das ist ja, scheiße, ich war dann. Das sind wir nicht hier an der Zerse. Das kannst du besser machen. Der Klug der Jugend. Der Zeitplatz ist, wenn ich jetzt auf die nächste Zeit schaue, dass wir, ich denke, so um den, kurz nach dem 7. Mai, das wird jetzt das nügendwer. Der größte Abweistetermin ist im Mai. Zweimal, zweimal nichts. Dann geht es erst mal für 1, 2 Runden nach Wykorn-Daten kaufen. Und dann gebündelt nach Chorsen City. Ich wollte noch mal zurückspulen. Ich war kurz schlau. Das ist ja auch, ey. Ich wollte mich seit 16. Mann ab. Ich wollte mich auch hier auf dem Camp. Ich wollte mich selbst pensieren, hab ich auf dem Camp. Das ist scheiße. Ich wollte es nicht. Ich geh immer wieder raus. Das ist ja. Das ist ja schon. Ich war inkubiert. Aber gestern hätte ich's. Ja, genau so, wenn ich die Kamera drehe. Spalter, bist du nicht. Da draußen, lass uns mal nicht. Sag mal bitte, du sitzt so. Da sind ihr vor den Weg. Also, das ist ja schon so. Aber der Arsch raus muss besser. Also, geht das ruhig? Boah, den Arsch, mal geht er raus, Alter, halt den Rücken. Nein. Also jeder Pirschen gibt einen Abzug. Ich bin der Gast bei dir. Wie kommst du an? Durch die Kontrolle am Flughafen. Kontrolle am Flughafen. Ha, 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 ha. Bro, kassel. Shadam. Wie geht das? Kannst du so'n Ding haben? Was ist denn so'n Ding haben? Was ist denn so'n Ding haben? Mann, Alter, werd doch mal scharf, ey. Kassel. He, ha, ha! Das ist jetzt scharf. Was ist denn so'n Ding? Sie sind so'n Ding. Sie sind so'n Ding. Ich komm, wenns es helle ist. Sie ist ja nevide. Wir brauchen aber ein Schausch. Sie sind so'n Ding. Ihr braucht aber ein Schausch. Komm Kurt, komm, komm. Komm, du komm. Komm, du komm. Komm, du komm. Komm, du komm, du komm. Ich bin so'n Ding. Ja, die Zahl wird ausreichend. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. The last minute. We're not boll. Ich weiß nicht warum du das hast. Das ist kein Film. Das ist doch kein Film. Das war live, ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Entschuldigung, ich wollte auch gehen. Ja, Mann. Wunderbar, Mensch, ja, Mann. Also hier... Ja, wie ist das zweite Mal? Ich weiß auch nicht, um was es geht, aber... Oh, mein Gott. Das war die Nachfrage. Wie heißt du denn? Nee, du konntest überarbeiten. Aber irgendwie muss ich euch ja unterhalten, ne? Aha! Wen? Das Internet? Dein Server? Ja, warum eigentlich noch? Du wolltest schon lange weg sein. Und du hast wohl extra noch nach der AKM gefragt. Weißt du noch mal ein Liter Herz? Nein, weißt du nicht mehr, oder? Du störst, Alter. Du nervst. Alter, mir platzt gleich der Kopf vor dem Gesölze. Ich hab mein Handy. Dein Handy, dein Handy. Ich hab mein Handy. Herrgott, nochmal, Alter. Das ist nicht auszuhalten. Das hab ich... Das hab ich... Das hab ich mit Chima, oder... Oder Sartan, oder... 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 Ah, guck... Mir platzt echt der Kopf, Alter. Zieh einfach mal hin. Das muss nicht. Das ist so ein schönes Stück. Ich... Was für ein schönes Stück! Mit Aufladen, ne? Was für ein schönes Stück! Ich guck nicht, ich guck nicht... Alter! Sind die jetzt doch im Autohaus? Überlege mir... Machen die das? Ich guck mir gerade in die Kamera! Herrlich! Ich guck mir gerade in die Kamera! Herrlich! Hä? Ich guck mir jetzt morgen noch! Peace! Gut! Aber... Was macht ihr denn denn? Was macht ihr denn denn? Was macht ihr denn jetzt? Wir machen mir die Autohaus? Ja! Mit Big Bänder! Big Bänder? Das... Ich will jetzt nicht sagen, aber... Ich will das nicht sagen, aber... Ich will das nicht sagen. Wie kommt denn der zustande? Du kannst auch die Tür nehmen. Du brauchst nicht aus dem Bett zu stehen. Bänder ist dein Nachname... Geht dann an die Bänder... Und dann... Deine Tickets! Ja! Keine Fall! Okay, ich hab mir... Ich hab mir... Ich hab mir später... Eine Runde! Ja! Oh, Kollege! Eine Runde... Eine Runde... Eine Runde... Die Spender! Es ist, genau... Die Spender! Genau... Infos ist es so... Kein... Blöds... Ich habe die Steuerer... Ich grüße dich! Moin. 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 Na, ich darf so sein. Ich mach das nicht. Aber es war so nehm. Anders hätte ich mich auch nicht recht. Und das ist kein schlechter. Hier. Volle Schlasse. Gib doch mal deinen Eindruck von den Arbeitsklamotten-Fränky. Ist das sicherheitsrelevant? Das ist die Fränky. Perfekt. Das saß ich. Da sagst du. Ja, morgen schmeißt er jetzt deine Dipp-Rolle hin. Weil ich bin Pankler-Legendags. Warum hast du so nicht am Tisch stehen lassen? Ja, Alter. Zieh einfach mal rein, Mann. Weil ich geh nicht rum. Ja, echt, Alter, das nervt. Warum? Ganz ehrlich. Komm, geh einfach. Ja, geh mal. Warum du nicht gehst, weiß ich nicht. Aber geh einfach mal. Geh mal. Das ist nicht auszuhalten. Geh mal drauf. Also, die Gastboltschaft. In aller Liebe, Mann, Alter. Du bist ja immer gern gesehen. Aber ich hab dir letztes Mal schon nutzt. Ich hab dir... Alter, ich will das doch nicht mehr wiederholen. Nein, 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 nein. Meine Sache! Don't forget! Ich bin ein bisschen blind. Nicht gut gehört. Für die Jacke? Nö. Sagen Leute, das will ich nicht leisten. Wenn ich jemanden geschickt habe ich immer, ganz guter Mensch. Als Christ. Aber warte, wir wollten ja drauf kommen, wie kommst du denn durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen? Grüß. 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 Also die hier oben sind ja schon mal spitz. Da könntest du ja theoretisch den Pilot, dem Flugzeug mitverletzen. Du hast mich halt nicht mal spitz. Dann könntest du den Pilot zum Tode knutschen. Muschi. Nee, nee. Der hat was geholt. Der Steckfinger ist weg. Der Steckfinger ist weg. Aber der Rest. Heimat. Grüß. Ich geh einfach nach Friedhoff. Und meine Vorfahren. Ich weiß ja. Ja. Vor und da. Und da, 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 vor. Schön Urlaub. Ne. Gesundheit. Gesundheit. Glück und Frieden. Wer das nicht mag. Hast man hier überreden. Bleib jetzt mal scharf. Ja. Würde doch mal nicht scharf sein können, oder? Scharf. Kleiner Finger rein. Komm mal nicht. Respekt vor Vaterland. Ich bleib hier. Ja. Der Telefon kann dein Bart nicht haben. Ja. Pass mal auf. Kleine Pfote. Du fährst dich selber fort. Fort. Es wird natürlich auch Frieden, wenn er das nicht mag. Ach, ich geh liegen. Ich geh einfach mit viel zu wiederholen. Einen kleinen Moment. So ist das. Ne, beim Brett. Das ist garantisch. Immer extra noch. Gruner. Einen kleinen Moment. Ach. Fürchterlich. Ich bin in der Kamera. Und ich liebe das. Ich weiß das. Ja. 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 Punkt Disziplin. Ja. Schattenabschliebe. So ist das. Ja. Oh Gott. Ja. 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 Da bist du ja gar datj. Ja. 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 So, ähm ... Wir sind in Strikern ... ... gefährlich. Jetzt mach ich erst mal ... ... sechsmal in Schamboi. Das ... Wollt er mich nicht ... Wenn das böse Piet kommt ... Er ist das! Ihr solltet Glück und Frieden ihn da. Vorsichtig ... Das ist lieb. Schau, der ist doch, der ist auch nicht. Aber das ist lieb. Der nicht kalt hier. Das ist so. Und schick nur ein Schreck. Ich habe das nicht kapiert, dass er sie befinden kann. Der seltene Mann war schon lange da. Bei deinem Vater, beim 1.1. Letztes Jahr Jetzt hast du es gesehen. Nein. Ich ruge Ja, so das sehen kann man ja nicht. Ja, so das sehen kann man ja nicht. Ja, so das sehen kann man ja nicht. Jo, deine Freunde sind nicht meine Läge. Ich kann für ihn nicht gut. Hehehe, Styler, Peace! Ne? Ne? Kacke, Styler. Echt, das ist so richtig. Nein, aber so können wir sagen, wir harmonieren alle gut. Ja. Geiles Team, was wir zusammengestellt haben. Naja, viel Hoffnung, ne? Für Backen. Das war früher, da warst du noch gar nicht. Alter. Was war das für ne Dorfparty? Hecht und ne Bulle Party. Ohne Scheiß, Alter. Der wie Novo. Oh, Hi, Rasti. Hi. Was ist diese Trashpil? Trashpil? Guter Name für, für Dovo. Trashpil. Boah, du Kind. Ja, Trashpil. Dovo ist ein Trashpil. Hehehe, auf dein Gesicht. Ich bin aufdregen gefahren. Ja, sehr aufgehebt. Schade, nimm es Vater. Wie viel Länder? Wie viel Vater und Mütter? Gibt ja noch kein Pinterview. Oh, kein P. Kein Pin für diesen Irren. Kein. Kein Schwein für das. Pin dich selbst. Haha, das war cool. Heiko schreit. Maxi, bei deiner Frau. Na rüber, was mich beendet mit der Mama. Äh, hahaha. Äh. Äh. Du darf ich Gast sein. In den Land deiner Vorväter. Und in den Land meiner Vorväter. Vorsichtig. Harmonie. Harmonie, ganz genau. Ich gehe das von Gunnar jetzt weg. So. Und, wo gehe ich wo? Bilder für Kalender schon geklärt. Ich kriege mal Hubugulus rüber. Der hat sich zur Verfügung gestellt. Ja. Tja. So, diesen Hosenträger. Sofelle. Dann wurde... Du hast ja auch so. Habt ihr eigentlich noch Kontakt zu unserem ersten Verpächter? Und was wird aus WB1? Also Kontakt zum ersten Verpächter. Das ist das, ne? Der wurde, ja, sehr von... Piech beeinflusst. Piech beeinflusst. Piech beeinflusst. Am Montag. Jetzt alles liegen müssen. Ich muss schon gehen. Hier ist halt. Aber, ähm, was wird aus WB1? Halt, ne? WB1 werden wir erstmal halten. Es wird ein Ausweichclaim sein. Ausweich. Und vielleicht auch mal, wenn irgendwas ist, wir einfach... Was weiß ich. Wie können wir uns aus eben und zwei Tagen treffen? Du bist das Zeug nicht. Äh. Äh, ich gebe mal kurz. Piech. Im Sitz. Du wirst mich so verarschen eigentlich, oder? Da gibt's viele Varianten, was wir machen. Ich meine nichts, dass ich da irgendein Problem hätte. Ich lass doch noch mal piech. Aber wenn du jetzt noch mal pissen gehst, bist du da wieder ne 30 Minuten drauf, oder was? Ganz cool. Hey, Alter, du bist so prall, Alter, dass du gar nicht bestehen kannst. Ich möchte, dass du gehst. Ich dachte, die machen gerade das. Ich frug drei Mal. Junge, Alter, du frugst schon dreifmal. Und das bleibt es. Du frugst schon endlich viele Male. Es ist einfach nur mein Blut. Und das jagen. Mir platzt gleich der Kopf. Bitte, zieh doch einfach alleine, Mann. Uh. Geh raus und pissen, Alter. Es geht mir auf den Sack. Pisschen gut. Oh. Im Moment. Einmal nur die Gürtel zu. Du keine. Äh. Wo wär's das entsetzlich, Mann? Ich kann doch nicht heiß. Wir werden, ähm, am Seil verkriegt. Das werde ich. Auf unserem Lucky Meclay. Ich sag dir erstmal. Ich bin noch nicht aus. Tja. Alter Lucky Meclay ist... Wuuuuh. Dann muss ich noch mal sagen. Dann werden Sie sich nicht aufregen. Ich bin ja noch mal sagen. Am Meer. Ja. Ja. Ja, werden wir hören. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Ja. Ja. Also bitte nicht so in einem Leibring geprägt. Ja, okay. Dankeschön. Ja, ja. Dankeschön. War nicht scharf. Ja, ich gehe mehr für die Fünf. Das heißt nicht. Nein. Nein. Geht nicht. Nein. Geht nicht. Nein. Ist doch gut. Jetzt muss offiziell, dass du schwul bist. Ach Gott. Ich muss ja raus. Tschüss. Du brauchst mal zu halten. Reingehauen, Alter. Reingehauen, Alter. Reingehauen, Alter. Reingehauen. Und grüß alle, die du keitst. Du bist auf den unscharfen. Alter. Pfff. Oh, Alter. Pfff. Oh, ich kann ihn nicht. Auch. Enough ist gut. Oh, ich kann ihn nicht. Ja, genau. Ich kann ihn nicht.